So, wir machen ein Spielchen. Ähm, Gegenstände, ne? Ja, ja, hol einfach. Hol mal alles her. Stell die mal einfach hier hin. Ich mach mal Platz, ich komm grad vor wie bei TV-Total hier. Guck mal so mit Unterlagen so. Heute zu Gast. Momentchen. Die zwei Beauties. Ja, auf jeden Fall. Mach schon mal. Wollen wir mit der Dings an, ja? Koppel dazu mit Nobe-Shirts, ja genau. Muss jetzt ganz leise sein. Und damit wir das hören und damit die das richtig hören. Achso, okay. Geht das hier mit dem Licht? Ist alles wunderbar, alles gut. Okay, das erste Geräusch, was wir nachmachen ist, ähm, was ist denn das? Mein Lieblingsduschgel. Baby, du musst hier nicht so komisch reden, das Mikrofon nimmt alles auf. Außerdem ist es hier und nicht da. Ich weiß auch nicht, wo ich hingucken soll. Ähm, du musst immer hier rein gucken, da muss ich mich auch noch gewinnen. Oder du guckst halt da drüber. Das ist so irritierend, weil ich will mal da rein gucken. Ja, ich weiß, aber da darfst du nicht rein gucken. Hast du hier schon einen Stuhl bestellt? Ähm, tatsächlich habe ich mir noch keinen Stuhl bestellt. Ähm, bin aber bereit, wenn du mir was spendest, dass ich mir einen hole. So, jetzt lass uns mit meinem Lieblingsduschgel anfangen, Baby. Ja, okay, fangen wir mit mir. Du machst als erstes das Geräusch nach. Ich als erstes? Ja, natürlich. Das ist dein Twitch. Warte kurz, ich bin Beatboxer. Nicht ohne Vorbereitung, ohne Vorbereitung, Baby. Das ist uns unfair. Der grüne Gartenstuhl, der hat tatsächlich mittlerweile Kultstatus. Mir schreiben so viele bei Instagram, dass dieser Stuhl legendär ist. Die sagen, es ist das beste an diesem ganzen hier, was ich habe. Dank den Vormietern. Das ist nämlich nicht mehr unser. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Okay. Total. So, jetzt. Warte. Okay, wir müssen aber... Soll ich nochmal, Mann? Ja, wir machen gleich Schlag den Star. Ich würde es nochmal hören, gerne. Das weiß Jan, ist gerade schon tricky. So. Okay, ich bin mal rein. Oh, der war auch nicht schlecht. Der war gut, ne? Der war gut, der war gut. Das ist bestimmt, weil du von einem Auto hat er schon geübt. Nein, der war gut, der war gut. Der war gut, der war gut. Hat noch einen da. Ein Stuhl. Wie, wie, du hast noch einen da? Was denn jetzt? Ein Gamerschuhl oder was? Jetzt sag mir nicht. Wir haben ja immer das Tauschprinzip, beziehungsweise das Schenkprinzip, meine ich. Toni ist besser. Sag mir jetzt nicht, du hast fast einen Stuhl für mich. Zeig mir den. Schick mir den mal jetzt bei Instagram, oder? Nee, du hast sogar meine WhatsApp-Nummer für immer gedacht. Hi, Michelle, gut schaust du aus. Danke schön. Ja, auch Boba während wieder, meine Fresse. Boba während. Okay, nächstes Dings. Wie viele Leute sind wir? Ich muss das immer so ab und zu wissen. Ich will wissen, wie hält sich das so. Vor allem, was mache ich hier schon mit meinen Händen? Was ist da los? Warte mal, du musst das auch machen. Ich mach jetzt das Feuerzeug. Nein, gib mir mal das Ding jetzt. Du musst auch das Geräusch machen. Was denkst du denn? Wir sind ja bei Schlag den Rab. Und wir müssen doch entscheiden, wer besser war. Könnt ihr überhaupt noch... Wisst ihr überhaupt noch, was die Geräusch war von mir? Es war exakt das gleiche. Pass auf, warte hin. So habe ich gemacht und dann... So, pass auf. So, pass auf. Wow, wir sind zwölf immer noch. Ja, das war total schlecht. Nee, das war total gut. Das war total gut. Nein, Mann, das war richtig schlecht. Das war voll gut. Das war besser als deins. Nein, Mann, das war übelst schlecht gerade. Also, sowas Schlechtes habe ich ja nie gehört. So, pass auf. Warte mal, wer hat gewonnen? Achso. Ich habe gewonnen, oder? Nee, ich habe gewonnen. Nee, ich habe gewonnen. Baraiki, ich habe gewonnen. Hallo, Bodo45, hallo, wie geht's dir? Ich grüße dich. Lass doch mal ein Follow da. Dann blickst du hier oben auf. Achso, hier sieht man das ja auch nochmal. Ja, aber das kommt ganz spät erst. Achso, also da immer gucken. Immer da reingucken. Das ist die Hauptzentrale. Das ist das Höhen von dem Ganzen. Also, hallo, hallo. Und jetzt? Aber ich muss doch wissen, wer gewonnen hat. Du weißt doch, ich muss immer gewinnen. Achso, vielleicht machen wir zum Schluss ein Endresultat. Okay, gut. Aber ich war auf jeden Fall gerade besser. Ja, ja. Was war denn das? Warte mal, das war falsch. Ich habe das falsche Klick gemacht. Nee, schon vorbei. Schon vorbei. Ich bin jetzt dran. Jeder drei Versuche. Mami, ich sag lieber nichts. Fairy Lady? Sag wirklich nichts. Sascha, was Sascha? Ja, sag ich doch. Na klar, Mann, Alter. Nein, überhaupt nicht. Natürlich auf jeden Fall, Mann. 100 Prozent, wieso? Wer entscheidet das denn? Na, ihr entscheidet das. 100 Prozent, sag ich doch auch. Na, ihr entscheidet das. 100 Prozent, ich weiß das. Aber jeder hat nur einen Versuch. Das ist sonst doof. Wir machen ja nicht, wer da drin ist. Oh, wir haben rote. Warte, wir sind im roten Bereich. Guck, da unten siehst du das? Ja. Und das will ich nicht haben. Sag diesem Typen, er soll die Scheiße wegmachen. Gelb, grün. Wo hast du gelb? Oh. Rot. Er soll die Scheiße wegmachen. Ja, ich weiß. Das rastet sich aus, wirklich. Mhm. Wir haben nämlich gerade, warte. Wir müssen wieder kurz warten, bis es wieder alles so grün ist. Ja, das ist leider awesome. Okay, jetzt mach ich. Achso. Grüß dich doch erstmal, Mensch. Achso, ja. Stimmt, awesome. Auf jeden. Geht alle zum Barbershop Tato. Maschallah. So. Ähm. Wir sind immer noch rot. Fuck, man. Ich will nicht, dass das stockt. Ihr müsst es ja genau hören. Ja. Sonst kann man das auch nicht bewerten. Guck mal, es wird immer schlechter. Das macht mich richtig sauer. So geht das eigentlich nicht. Das geht's eigentlich nicht. Das riecht zum Kotzen. Tony Macaroni hat mir schon das Bild geschickt von dem Stuhl. Den guck ich mir erstmal kurz an, Leute. Weil wir müssen ja eh warten, dass das da gerade wieder hoch geht. Was? Uh. Oh, sieht aber gut aus. Warte, was steht da? Was? iProgaming? Klingt ein bisschen wie ein Programm. Läuft alles flüssig aber, sagt man eigentlich. Läuft alles flüssig? Ne, kann nicht sein. Wir sind jetzt bei zwei. Jetzt sind wir bei Neues. Tot. Jetzt ist gerade komplett einfach tot. Jetzt geht er wieder hoch. Boah, Alter. Wir haben so eine krassen Schwange. So, kann ich jetzt das Feuer? Los, Michelle. Hol dir den Sieg. Yo. Ja, ich habe Angst, dass es nicht flüssig läuft. Ja, sagt sie einfach läuft. Und jetzt sch. Ja, genau. Ich will dich nur ablenken, dass ich gewinne. Jetzt sch. Okay. Oh, jetzt hat es doch gestorben. Na siehste, sag ich doch. Meine Fresse. Der war richtig schlecht. Der war richtig, der war richtig schlecht. Also schlechter geht's ja gar nicht. Ja, ja. Ganz klar. Ey, 2-0. Warum wir gar nicht diskutieren? Ja, okay. Ist okay. Es ist einfach Gewinner. Alles gut, stockt nicht. Okay. Alles gut. Alles gut. Schwarzmund. Okay, jetzt wird es richtig schwer. Was? Hab ich die schon auf? Was ist überhaupt da? Läuft. Schmelzi. Alles gut. Schmelzi. Schmelzkäse. Jetzt geht's los, Bibi. Ja, okay. Ich dachte, die sind zum Essen. Hätte ich jetzt. Nein. Das soll ich nachmachen? Witzig verarschen. Ja, wir müssen ein bisschen hier Steigerung. Okay. Ich muss es nochmal hören. Es ist tricky. Es ist richtig tricky. Es klang nicht gut. Es war echt gut. Nein, es war wirklich nicht so gut. Warte mal erstmal. Versuch du erstmal das zu toppen. Was ist mit Tomb Raider? Tomb Raider? Wie gesagt. Oh. Was ist mit... Ja, Mann. Ey. Stieb, du hast recht. Botes? Ähm. Ich muss... Ja, ja. Ich biete gerade für Tomb Raider. Tomb Raider ist weg. Scheiße. Nee, warte mal. Ich guck mal kurz. Ich hab zwei am Start. Verdammt. Warte mal. Wo hab ich denn das jetzt? Jetzt bringt der mich hier raus. Ich bin grad voll in diesem... Jetzt wäre das so eine Million Spiel hier. So, und zwar in 25 Minuten läuft das andere Tomb Raider aus. Da bin ich aber noch Höchstbieter. Und zwar 20 Euro. Ich hab gesagt, 20 Euro biete ich auf Tomb Raider. Mache ich auf jeden Fall. So. Weiter geht's. Warte mal. Ich mach das. Du kannst es doch nicht... Du kannst es doch nicht setzen. Dann beeinflusst du das mit deinen Stimmbändern. W-w-w-w. Ja, los. Weil die lenkst du mit deinem Arm. Ja, klar. Pass auf. Ja. Warte mal. Ich muss das so ein bisschen höher mit dem Kinn machen für mich, weil dann... Hast du gehört? Es hat noch ein bisschen nachgeknackt. Das musst du jetzt hinkriegen. Das ist... Kann ich das jetzt nochmal machen? Wie? Nochmal genauso? Okay. Oh! Und irgendwas hat Glück. Denn du redest, das irritiert mich. Ich muss mich richtig konzentrieren. Mach jetzt nochmal. Okay. Denk an. Letzter Versuch. Ich habe das Gefühl, ich mache die immer gleich. Ja, du machst wirklich immer alle gleich. Das ist voll schwer. Ja, ist auch wirklich schwer. Nehmen wir den jetzt. Jetzt nehmen wir mal das hier. Okay, Sascha. Fühlt. Und dabei habe ich... Ja. Ich sage auch, dass ich führe. Ich führe jetzt hier gemein, was du da sagst. Nein, ich führe das ganz klar. Ja, ja. Verstehe ich. Ja, ja. Jetzt... Okay, nur... mit den Zuschauern reden. So. Und los. Warte mal. Ach so. Ne, ne. Du musst das ja ausführen. Damit du das nachmachst. Aber ich muss ja erstmal in mich kehren. Mr. Miyagi. Warte. 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 Okay, jetzt. Oh, das war richtig schlecht. Das war richtig scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe nur falsche Tonlage gehabt. Aber es wäre perfekt gewesen. Bibi, das ist ja das Spiel. Jetzt bin ich dran. Hab ich noch gemacht? Der schummelt. Jetzt mach. Okay, gut. Ich mach jetzt. Sind sie eigentlich tot schon wieder? Passiert nichts. Das Gefühl. Ne, alles gut. Guck da nicht immer hin. Du solltest da angucken, Mann. Ich glaube, das werde ich verkacken. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Ja, der war übelst schlecht. Der war wirklich übelst schlecht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also sowas gebe ich ja ungern zu, ne? Aber eigentlich bin ich immer der Beste. Jetzt laber nicht mal. Sorry, Micha. Ich glaube, das schreit nach Essensbrüttel. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Oh, der war aber nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da muss ich einfach mal sagen. Ich war besser. Ja, da warst du besser. Aber es steht trotzdem ja noch 2,1. Du darfst nicht vergessen. Die 2 ist höher als die 1. Jetzt machen wir das hier. Ja? Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso darfst du denn du beeinflussen? Was das nichts für ein Ton hat? Ja, ja, dann kannst du gerne. Also das ist hier einzeln. Okay, zeig mal, was wir alles hier haben. Das ist hier mit zumachen. Das ist streichen. Und hier ist mit schütteln. Also 1, 2, 3, 4, 5 Sachen noch. Das ist die Cola. Sorry. Einfach für Michelle. So sieht's aus. Oh, das wackelt nicht. Kann man dagegen. Ja, das ist nicht so schlimm, wenn es wackelt. Das hat nichts mit der Kamera zu tun im Endeffekt. Also du kannst ruhig wackeln. Ja, und die Kamera ist da hinten. Vor allem da hinten. Ganz weit weg. 30 Zentimeter vor mir. Da hinten. Also eigentlich 15 Meter. Oh, was ist denn da los gerade? Da waren wir schon. Das ist ja eine Cola. Ja, ich guck mir an, was ich als nächstes mache. Hattest du vor, nur das zu öffnen? Nein, das ist einmal nur zum Öffnen und das ist zum Schütteln in der Box. Das bleibt hier drin. Okay. Das einzelne Klickgeräusch, Streich, zusammenklappen, fallen lassen. Okay, alles klar. Los. Hat man das gehört? Hat man das durch die Mikro gehört? Da war was ganz komisches im Hals. Das war aber was ganz komisches. Kennt ihr das, wenn das so wie hoch kommt, ob er kein richtiger Röps ist? Klang ein bisschen Deep Throat-mäßig so. Was war das denn? Du musst zu machen. Ja, was? Achso, zu. Okay, okay. Mach mal nochmal. Ich darf nicht so lange drüber nachdenken und so. Ja, war okay. Ja, war okay. Aber ich glaube, es war besser. Oh, der war besser. Aber ich hätte ihn einen ganz kleinen Ticken höher gemacht. Ja, am liebsten. Wirklich. Also so. Warte, ich mach mal. Warte. Ja, war ganz gut. Danke. Nein, 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 nein. Mach mal nochmal schnell. Ja, ja. Nee, das zweite Mal zählt nicht. Das erste Mal zählt jetzt. Mach mal jetzt. Mach mal jetzt. Mach mal jetzt. Mach mal jetzt. Aber der zählt jetzt. Nein, der zählt jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. Übrigens, ich hole mir noch so ein Elgato Stream Deck. Ja, das heißt, dann kommt hier so ein Klatschen und so ein Huuu. Das wird alles noch krasser. Ich will auch noch eine zweite Kamera, damit es so von hier ist und so kommt. Und ihr wisst schon. Wir dachten, es wäre das Geräusch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also jetzt mal übertreiben. Ja, ich sage euch das Sieb. Pass auf. Bist du schlecht? Also ehrlich. So jetzt nächste. Willst du das jetzt nehmen? Warte mal. Oder was anderes? Jetzt bist du wieder dran als erstes. Der zweite war krass gut. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, ja. Toni hat richtig Ahnung. Yves, 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 Yves. Okay. Was würdest du überhaupt machen? Warte mal. Würdest du jetzt so Punkt Sascha haben? 3, 1, 3, 1. Ja. 3, du ein. Du schlecht? Ich gut. Ey, warum guck ich mal da hin, Mann. Da hin. Verzeih mich. Punkt Sascha. Schreiben alle. Ja, verstehe ich. Bin voll auf eurer Seite. Nein, das war's nicht, das Geräusch. Michelle ist viel besser. Danke, Boba Bär. Mann, Boba Bär. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Ja, ja. Jetzt trink mal einen Schluck, damit das besser funktioniert. Oh, fast verschluckt, ne? Fast tot. So. Fast da drum. Hallo, was war denn das? Das darfst du nicht. Ach so, ja. Ich hab meine Hände voll. Okay, gut. Perfekt. Nein. Nein. So. Perfekt. Irgendwie muss ich das da hin machen, zum Mikrofon, da hab ich das Geräusch, weil das war extrem leise. Vielleicht haben sie es aber trotzdem gehört. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran? Ähm, reiben, ne? Ja. Bibi! Ja, ich mach doch gleich mal. Ich wollte so tun, als wäre alles stehengeblieben. Bleib mal kurz einfach so stehen. Nein, alles Spaß. Schruckelt nicht, schruckelt nicht. Das ist ein Gag. Hat die ganze Zeit nicht geruckelt übrigens. Waren alles wir. So. Ne, mach mal nochmal. Und langsamer. Nicht so schnell. Ich hab auch nicht so schnell gemacht. Ich darf machen, wie ich das möchte. Das sind meine zwei Stäbchen. Das sind meine zwei Stäbchen. Mach jetzt. Gavi und Leviosa. Bibi, ja. Zeugt für Gryffindor. Ich hab das Ding gleich im Auge. So, okay, gut, ja. Ich steck dir so ein Auge. Kann morgen arbeiten gehen. Wie schade. Hast du das Geräusch gehört? Ja, mach. Okay, gut. Ne, das Ende hat gefehlt. Das Ende war das Entscheidende. Ne. Punkt für Michelle. Das Ende war das Entscheidende. Punkt für Michelle. Meins war tausendmal krasser. Ne, das stimmt gar nicht. Meins war tausendmal krasser. Meins war übelst krass gerade. Oh, haben wir noch trinken? Ja. Ich brauch noch ein bisschen Coke. Äh, Cola mal nicht. Das habe ich mit dem Mund gemacht. So. Freunde der Sonne. Nächstes Geräusch. Ähm, hier. Nächstes Ding meine ich. Was willst du denn haben? Ich will... Oh, ja. Okay, gut. Ich nehme... Das ist zusammen machen. Das ist mit zusammen klicken. Das ist mit zusammen klicken. Das mit zusammen klicken? Mhm. Achso, das soll ich... Das ist jetzt nicht drin? Nein. Das ist rein fallen lassen. Das ist... Kann ich auch den Kugelschreiber da nehmen? Weil ich glaube, diesen Klick habe ich krass. Ja, mach. Aber das ist jetzt eigentlich... Das ist jetzt eigentlich unfair, ja? Was er jetzt macht. Das zählt jetzt nicht. Warte, ich mach's jetzt. Das ist aber neu. Damit du schon mal schauen kannst. Die müssen sich das immer so vorstellen. Das machen die im Fernsehen sie auch alle. Jetzt kommt der Gegenstand. Der Kugelschreiber. Und zwar... Höre den Klick. In drei. Zwei. Eins. Ich denke, du machst. Du wolltest doch jetzt zeigen, wie gut du das kannst. Hä? Der zählt außerdem nicht. Ich hab den Gegenstand in der Hand. Warum sollte ich denn die Geräusche machen? Weil ich dachte, du willst jetzt zeigen, wie gut du das kannst machen. Normal. Aber ohne drei, zwei, eins. Drei. Zwei. Eins. Total schlecht. Ja, ja, komm. Das ist übelst schlecht gewesen. Drei, zwei, eins. Oh, das war einer zu viel, wa? Warte, ich darf auch zweimal. Nee. Doch, mach mit Ansage. Mit Ansage. Das braucht man. Sind wir ehrlich. Im Endeffekt wird jemand gefragt. Im Endeffekt wird jemand gefragt. Das stimmt absolut erstmal überhaupt gar nicht. Aber es gewinnt immer. Immer der Herr des Hauses. Ganz klar. So, nochmal. Fuck, Mann. Warum verkack ich denn so, Alter? Man, ey. Man, dabei war das meins, Alter. Ich kann... So groß hat er deinen Maul aufgerissen. Ja, ja. Da war's. Wird er bestimmt die ganze Nacht machen und morgen früh mir dann zeigen. Wann werde ich eingeladen? Wann wird er denn eingeladen, Baby? Oh, aber während jeder Zeit. Wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit grillen, ne? Ja. Zwei erstmal. Ich wollte dir erstmal ganz klar machen, dass ich immer noch füge. Und jetzt kommst du dir den Gegenstand ersuchen. Ich darf mir jetzt einen aussuchen? Ja. Machen wir mal schwer jetzt. Okay. Ich lass die. Wie soll ich denn das machen? Ich lass die Gabel jetzt in der Tasse fallen. Das ist fett. Das musst du jetzt überlegen, ja. Das krieg ich niemals hin, weil... Komm, du führst doch. Das schaffst du. Okay. Warte. Ich muss alles befreien. Hier ist voll mit Schleim. Corona. Warte. Hm. Ja. 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 Oh, Bibi, das tut richtig weh. Ja. Ja. Was geht? Oh, Franzi. Danke, dass du mir folgst. Mashallah. So. Warte, warte mal. Willst du das nicht lieber hinstellen? Ich dachte, dann würdest du das sehen. Ich muss mir alles hier befreien, ne? Warte mal. Ey, er macht hier einen Klempim. Es geht um den Sieg. Es geht um den Sieg. Es geht um den Sieg. Ich will dich ja eine Woche lang damit aufziehen. Bis zum nächsten Mal, in der so ein Spiel... Eine Woche, drei Jahre. Ja. Okay. Let's go. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Du musst jetzt so eine Kuhglocke jetzt haben. Eigentlich war es meine Aufgabe, Sachen zu finden. Jetzt habe ich was gefunden und jetzt findet er das auch nicht doll. Ich habe zwei Piercings am Sack, wenn ich jetzt einfach so Bimmel denke, ich habe das Geräusch. So, los nochmal. Warte, 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 warte. Boah, ich kriege gerade Kopfschmerzen, weil ich mich so konzentrieren muss. Okay, dann entspann dich doch mal. Ja, warte, ich entspann dich. Entspann dich. Busa, ich brauche den Massagestuhl. Okay. Und jetzt? Der war richtig gut. Der war richtig gut. Du kriegst ja keinen höheren Ton hin. Das war richtig gut. Das ist auf jeden Fall richtig schwer. Ich weiß es jetzt schon. So, ne? Das ist richtig schwer. Wirklich. Das ist auf jeden Fall das allerschwierigste von einem. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. So. Müsst ihr zu Hause mal nachmachen. Das ist richtig schwer. Guten Tag, ihr Bunden. Guten Tag, die Dame. War schlecht, Sascha. Ja, ja, ja. Er wird mit der Rolle jetzt nicht. Das war total gut, Alter. Was eigentlich mit Nico? Wo ist Nico? Hat der überhaupt Twitch? Nico hatte vor zwei Jahren nichts. Nichts auf dem Handy. Der wusste nicht mal, was Instagram ist. Und jetzt hat er Twitch. Jetzt hat er alles. Der kontrolliert alles. Der ist jetzt ein Cyborg. So. Cyborg mit dem Dog Dog. Nico macht Hayabubu. Wat? Wie der macht Hayabubu? Der pennt. Wie spät ist es denn? Wie spät ist denn das überhaupt? Warte. 20.17 Uhr. Was ist denn los mit dem? Franzi, welcher Franzi ist denn da eigentlich überhaupt? Ich kenne 10 Millionen. Wegen, ihr wisst schon, ne? 20. Was? 2017. Es ist 20.17 Uhr. Ach, es ist 20.17 Uhr. Ich denke gerade so, hier Kalenderdings, ne? Vor allen Dingen 17. Alles klar. So, pass auf, let's go. Oh fuck, nochmal. Mal. Denk dran, wie mein Ton war. Der war verdammt exakt fast genauso. Dillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill Wir müssen gucken, ob die Frauen es zugeben können, dass der Mann besser war. Ja, er war besser. War zwar auch schlecht, aber er war besser. Die aus Malo. Ich glaube, ich habe... Wie aus Malo. Bist du meine Nachbarin? Warte mal kurz. Bist du da? Ja, ich weiß es. Ich weiß, Mareiki, das war noch schlechter. Übrigens, warte mal. Ich komme so einfach nicht klar, Leute. Dach, was machst du denn? Na, ich fummel die jetzt zwischen den Beinen rum. Oberbärin freut sich darüber. Der schreibt jetzt gleich, ja, ja, mach weiter, Sascha. So, passt auf, Leute. Damit... Ich fühle mich einfach so nicht wohl, ne? So, jetzt bin ich da, Freunde. Ich habe auch meinen Zopf geöffnet und das ist eigentlich meine Frisur. So. Oh, danke fürs Vollen, Max. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt habe ich richtig den Berliner raushängen lassen. Hallo, Nico. Hallo, Nico. Ja, Nico, guck dazu. Kölsch ist wie Wasser. Ja, siehst du? Die nächste. Das liegt aber daran, wie... Das ist halt hier die Berliner Seite. Das ist so... Ne, warte mal, Schmelzi kommt aus Sachsen, wa? Wo kommst du nochmal her, Schmelzi? Du kommst doch daraus, wo du dir so sagen, ich würde dir eben blasen. Sag mal das kurz. Nein, 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 nein. Du kannst es so gut. Sag mal kurz. Nein, 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 nein. Zell, die kann richtig gut so reden. Zell, den Rangschmelfen blei. Aber warum bin ich denn eigentlich so? Zell? Voll in der Sonne, wie viel sind wir eigentlich? Wenn wir jetzt noch so über drei sind, ist das krass. Kölsch ist wie Wasser. Ja. Ach. Ach. Ja, also... Im Endeffekt kann ich sowieso nicht beurteilen, wie wirklich ein Kölsch schmeckt, weil... Ich war nicht Herr meiner Lage. Ich war jemand völlig anderes. Deswegen kann ich es nicht wirklich genau sagen. Vielleicht schmeckt es ihm jetzt sogar. Genau, vielleicht schmeckt es ihm jetzt sogar. Also, eigentlich trinke ich und esse ich alles. Ich habe auch mal Rosenkohl gehasst, aber Rosenkohl mag ich jetzt. Gibt es auch bald Streams mit ein bisschen was intus? Na, na klar, natürlich. Es ist alles am Start, Mensch. Wir werden auch... Vielleicht wieder da. Jagger muss mal raus. Viel Erfolg. Ich hoffe, er kackt und pinkelt ganz viel. Lass doch einfach laufen, Mensch. Berlin hat nur zwei schöne Ecken gefühlt. Muss ich dir leider recht geben. Also, kommt doch in was für einem Sinne. Wenn wir jetzt von einer Schönheit sprechen, okay. Aber wenn wir jetzt von einem Essen sprechen, das ist mein Lieblingsthema Essen. Essen. Ist Berlin verdammt schön. Also, es gibt echt verdammt krasse Läden, wo es Hammeressen gibt. Was geht, Willow? Oh, Jenny. Ich hab mich erschrocken. Danke fürs Followen. Du sollst mal einen Stream auch mit Nico machen. Das ist bestimmt auch lustig. Klar, gar kein Problem. Machen wir alles. Ich wollte tatsächlich gestern eigentlich einen Stream starten mit Nico, aber ich war mir nicht sicher, weil man muss, wenn man streamt, auch mal ein bisschen online sein. Sonst ist Kacke. Ja. An dieser Stelle, Berlin-Brandenburg, lernt man erst zu schätzen, wenn man nicht mehr dort wohnt. An dieser Stelle, ja, glaube ich dir. Achso, ja, stimmt. Weil du jetzt bei den Bratwürsten bist. Ich verstehe. Und den Sauerkraut. Na, Thüringen. Thüringer Bratwurst. Da kommt die Bratwurst her. Also, sagt man. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Bin ich gar Leo. Fairly Ladies safe. Safe. So, okay. Let's go. Bibi. Ja, was denn? Jetzt habe ich schon was falsch gemacht? Ja. Du machst es auf und das Deckel und dann das Zudrücken. Achso, okay, gut. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Warte mal. Hier ist voll heiß. Ja, das ist ja auch, weil man ist ja live. Man muss unterhalten, man quatscht die ganze Zeit. Das wird jetzt nicht gerade fach. Ich glaube, hier sammelt sich voll und die ganzen Lampen und Rechner und PCs. Voll heiß. Ja, so ist das halt in einem Leben. Das ist halt schwer. Man muss halt für das Leben, muss man halt hart arbeiten. So, so ist es bei mir. So, ich mache jetzt mal. Oh, das war aber kacke. Mach nochmal. Nochmal. So, es ist bei mir. Jedes Mal, wenn ich genieße, jedes Mal. Ja, glaube ich dir. Es wird wahrscheinlich auch bei mir so sein, wenn ich jetzt nicht gerade in Berlin wäre. Es ist einfach. Nochmal nochmal. Du wirst es nochmal hören? Ja. Du wirst es noch ein drittes Mal hören? Ja. Was? Thüringer sind Erfinder. Der Roster nicht. Achso, der Roster. Thüringer Roster. Okay, gut. Und wieso ist die verrostet oder was? Das muss heiß werden. Ja, 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 genau. Professionales Zeit-Happen muss heiß werden. Das ist auch richtig. Hast du vollkommen recht. War im Sommer 2018 in Berlin. Da war es so warm und so geil. Dann hat man durch die Stadt gelaufen. Ja, das ist schön. Sommer ist schon geil dann. Stimmt schon. Im Sommer ist es wirklich geil. Aber ich habe es gerade voll schlecht in Erinnerung, auch wegen diesem ganzen Lockdown und so. Das ist einfach... Ich bin froh, dass wir morgen den Laden schön auf Vordermann bringen und dann Dienstag öffnen. Bob Marley für Amen.